Nathan, Khan hat Betty bestimmt an einen anderen Ort gebracht. Ich werde mich mal umhören. Inzwischen sollten wir uns an die Dekalos halten. Ich versuche mal, sie zu finden. Nathan, mach dir nicht zu viele Sorgen. Betty ist ein großes Mädchen. Sie ist okay. Je schneller wir sie finden, desto besser. Hey, Kumpel, du kommst tatsächlich wieder? Es gibt einfachere Wege, sich hochzubringen. Hey, Kumpel, ein paar korrupte Bullen wollen meinen Taxiladen ruinieren. Du könntest mir helfen, am Geschütz oder mit deinem Flugzeug. Sie wollen mir meine Taxis zerstören. Wir müssen sie beschützen. Schau, da kommen sie. Hey, Taxi-Mann, du bist mit dem Schutzgeld im Rückstand. Naja, die Geschäfte laufen schlecht. Und gleich noch viel schlechter. Der Typ geht auf mich los. Brauche Unterstützung. Over. Da kommen noch mehr Bullen. Holen wir den Bekloppten runter. Der Typ geht auf mich los. Der Typ geht auf dich. Der Typ geht auf mich los. Der Typ geht auf mich los. Musik 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 Noch mehr Bullen geben wir denn niemals auf! Musik 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 Er hat mich erwischt! Musik 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 Das sollte wohl ausreichen! Danke! Nimm das Geld! Mehr hab ich nicht! Ich helfe gern! Musik 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 Hey Kumpel! Karns Typen haben in letzter Zeit viel Fracht transportiert! Wir wollen wissen was sie vorhaben! Heute kommt ein Zug bei ihnen an! Für jede Kiste die du herbringst bekommst du Kohle! Musik Schaut mal Jungs! Das Vögelchen sucht nach Futter! Musik Musik Gut! Jetzt bringen sie zurück ins Lager! Musik 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 Klasse! Versuch mal noch eine zu holen! Musik 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 Die Polizei von Chicago macht keine Luft für ihr an. Gut, jetzt bringen sie zurück ins Lager. Hey, Vorsicht, wir brauchen diese Kiste ganz. Die Polizei von Chicago macht keine Luft. Die Polizei von Chicago macht keine Luft. Gut, jetzt bringen sie zurück ins Lager. Gute Arbeit, wir haben alle. Hör mal, Khan hält einen von meiner Crew gefangen. Irgendeine Idee, wo ich suchen soll? Halt nach einem Bullen Ausschau. Wally, back a donut. Er weiß vielleicht was. Danke für den Tipp. Hey, Khan hat ein Kopfgeld auf diesen Kerl ausgesetzt und das gehört mir. Respekt, Zachary. Bisher hat niemand Gingis so schnell ausgeschaltet. Diesen Erfolg kannst du bitte ins Grab nehmen. Hey Nathan, wir haben gehört, Khan hat deine Braut. Angeblich bringt er sie in eine seiner Verstecke hier. Weißt du wohin? Noch nicht, aber ich mach dir einen Vorschlag. Du tust uns einen Gefallen und meine Jungs kümmern sich darum. Welchen Gefallen? Ein Konvoi mit Khans Frachtlastern verlässt bald die Stadt. Wie wär's, wenn du sie platt machst? Könnte dir gut tun. Abgemacht. Los, wir suchen die Laster. Da sind sie! Erledige sie, bevor wir den Fluss überqueren. Oder der Deal ist geplatzt. Was? Du hast dich, wenn du sie plattest. Was? Wir suchen die Laster. Wir suchen die Laster. Ach so, wenn du sie plattest. осchritte. Untertitelung des ZDF, 2020 Noch einer übrig! Sehr guten Helfen! Meine Jungs fahren sich nach deiner Braut um. Wir halten dich auf dem Laufenden. Danke! 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 Das war deine Versetzung zum Bodenpersonal. Der Weg ist frei! Wie gefällt dir das? Hab sie! Gute Arbeit, Kumpel! Du bist ein guter Partner! Du bist gleich sowas von mausetot! Hey, du bist der Neue, stimmt's? Ich würd gern mal sehen, was du drauf hast. Kleines Rennen gefällig? Die Flick, du wirst es brauchen! 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 Wir müssen ein paar Schnapzkisten aufsammeln! Jede Kiste bringt dir ein bisschen Wahrheit ein! Findet so viel wie möglich über Bette heraus! Und ich helfe euch vielleicht! Klasse! Eine Hand wäscht die andere! Tja, die Bullen waren uns dicht auf den Fersen, also bewegt die! Geht normal! Witzbro Crew auf Chicago-Aft! Klotz geliefert, Geld gezahlt! Klasse, hol noch eine! Klasse! 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 Die hier behalte ich. Meine Braut und ich werden heute Nacht Spaß haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Beeil dich, die Bullen sind gleich da. Gute Arbeit, es sind noch ein paar Kisten übrig. Die Bullen sind unterwegs. Wir müssen abhauen. Danke, Nathan. Habt diesen Forschen Hunter im Blick. Los geht's. Hey! Die Dekalos haben mir erzählt, Kahn hätte dein Mädchen. Ich kann ihr helfen, aber das kostet. Okay, abgemacht. Gut. Sie wird im Lagerbezirk gefangen gehalten. Es kommen nur noch ein paar Gebäude infrage. Auf geht's. Wir treffen uns dort.